Ah, unsere Tafel in unserem Klassenzimmer, bestimmt ist eine Matheaufgabe. 56 geteilt sind. Ah, ach, wie dumme Kopfe, es ist doch 8. Stefanie und Lara. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Nur noch ein paar Meter. Ja, wir sind da. Gehen wir hoch. Ich spring rein. Ja, ja, ja. Bis zum nächsten Mal.